Herzlich Willkommen bei NewthinkTV! Der Matthias und ich sind wieder am Bildschirm, was bedeutet das? Lockdown! Aber, alles kein Problem. Wir können jetzt nicht verzagen oder irgendwas. Wir haben nämlich für euch Folgendes. Wir haben die Lockdown-Schutzgarantie. Das bedeutet, bei behördlichen Schließungen, da wird bei uns nichts abgerückt. Da wird der Vertrag nicht verlängert. Es bleibt alles bemalt und der Vertrag geht weiter. Aber wir haben sogar noch eine Aktion. Wenn man lässige Aktion, vor allem bei allen Leuten kommt, der, was sie jetzt in Lockdown an Lockdown aufschießen, der kriegt den Zeitraum oder Lockdown dauert, grad ist er zu. Das heißt, dauert der Lockdown 20 Tage, kriegt sie 20 Tage, grad ist er zu. Dauert er 30 Tage? Ja, dann kriegt sie ja 30 Tage dazu. Das verstehe sogar ich. Das ist Weltklasse. Aber was macht man während der Zeit, während die 20 Lockdown bleiben daheim sitzen, erst mal geknägt oder? Mit Nina vorbei, oder? So schaut's aus. Vor allem schaut auf unserer Plattform, Newfit.tv, auf YouTube, tut dann wieder sämtliche Kurse online, wie zum Beispiel Bauch bei der Po. Bauch bei der Po? Ja. Ist dann bin ich wieder dabei. Aber schreibt uns. Schreibt uns auf die sozialen Medien, auf Instagram, schreibt uns auf Facebook. Was wollt ihr sehen? Welche Kurse? Was macht man? Seid dabei. Aktiv werden. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Da war es so nie. Frau ist klar. Das tun wir nicht. Alles Gute. Alles Gute. Alles Gute. Alles Gute.